Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei mir, herzlich willkommen zurück bei TGC, bei King of Cards, beim Opa. Ja, wir haben soweit gestern alles vorbereitet. Das ist das Schöne, wenn man abends noch wieder alles vorbereitet, alles auffüllt, dann braucht man am nächsten Tag nur den Laden aufmachen. Durchwischen brauchen wir hier gar nicht, die haben alle schmutzabweisende Schuhe und Kleidung. Das ist hier, da bleib ich immer sauer, wunderbar. 1424, das ist fair, natürlich ist das fair. Kauf mal einzelne Karten, genau, mit deiner Riesentüte. Hast du eine Karte gekauft mit deiner Riesentüte? Ah, okay, ich hab nix gesagt. So, 9,28 Euro möchtest du wieder. 9,20,25,28, bitteschön, der Herr. Und hier kommt schon der nächste. So, 4,04 Euro, ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. 15,96 Euro. Und da sind schon wieder am Kartenzug. Eigentlich würde ich gerne noch einen Tisch kaufen, aber naja. Man kann nicht alles haben, denn nicht am Anfang. Oh, hier können wir wieder Karten drauf nageln. Ach, wir haben gestern gar keine Karten mehr aufgemacht. Ja, das ist ja toll. Was machst du denn da? Tu die da wieder rein. Tu die da sofort wieder rein, Opa. Was machst du denn da? Nein. Packt das Buch weg. Ich will die nicht in Hand halten. Also bitte. Album öffnen. So. Jetzt sind die wieder drin, oder? Natürlich. So, ich muss ja hier drauf. Und dann muss das Album doch alleine aufgehen. So. Genau. Und jetzt kann ich den noch hier drauf machen. So, sonst geht das doch alles gar nicht. Und geht das doch alles gar nicht. Aber hast du mal gesehen, da habe ich schon drei Stück von gehabt. Von der einen 18 Cent Hammercard. Aber kommen ja noch 10% drauf. Dann kriegen wir 20 dafür. Oh, die warten schon. Hallo. Ja, wir haben neue Würfel gekriegt. Viel Spaß beim Würfel rumrollen und spielen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr seid ja vom Fach. Ihr wisst ja, was ich meine. So, mein 52, bitteschön. Viel Spaß. Oh, ja. Zeig mal her. 1642 kriegst du wieder. Wir duzen uns alle. Das ist so. Das ist so. Bei uns hier. Bei uns Spieler. Pokémon Kartenspieler. Trink, Skate Guard. Kartenspieler. Hier dieses. Wie heißen die denn? Tetramon. Tetramon. Bei uns Tetramon. von Spielern. Ist das so. Wir duzen uns alle. Weil wir sind. Ihr seht das jetzt nicht. Ich hab so die Finger gekreutzt. Wir sind so. Wir stehen so zueinander. Wir sind alle Kumpels. Ah. Na du. Kauf Karten los. Ich kann ja Geld gebrauchen. Oh, guck mal. Sammelbox. Ja, das macht Sinn. Eine. Eine. Auch eine. Hahaha. Ja, die Dame. Sammelbox. Wie ist der Arzt? Komm passend. Schönen Tag noch. Fangen Sie schön auf sich auf. Rutschen Sie nicht aus. Umlaub. Und auch Sammelkarten. Boxen. Vielleicht. Da stelle ich immer alles so da rein. Die hat wieder was gesagt. Die hab ich wieder nicht gelesen. Hat jemand gesagt. Wow. Ich muss eins davon nehmen. Ja, musst du auch. Musst du unbedingt. Das hab ich da von an. Als du reinkamst, hab ich schon gesagt. Guck mal da. Da musst du eins von nehmen. So. Vier Euro. Fünfzig. 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 Schönen Tag noch. Beheern Sie uns mal wieder. La 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 la. Da komm schon. Eins, zwei, drei, vier. La la la. Lass uns mal gucken. Ah, Flammi. 19 Cent. Sehr schön. Nano-Mite. Oder wie der auch immer heißt. Ja, guck mal. Los bei uns. Los bei uns. 19. Mein Gott. 12 Cent. 19 Cent. 18. 13. 19. Ich komm sofort. Stör mich nicht. 82 Cent für der Ganspäckchen. Mein Gott. Aber ja. Wie viel mehr Minus kann man ihm. machen. Ah, zwei Euro. Irgendwas. Das war ja schon mal. Nochmal zwei Euro. Ah, das war schon deutlich besser. Ah, das war schon deutlich besser. In der Regel sind 1,9 Euro. Ja, wei. In der Regel ist das also besser, Einzelgarten zu verkaufen. So ist das nämlich. So, ich komme. Moment, ich hab... Nee, ich hab nicht Karten. Ja, nein. Nein, das sag ich nur so aus. Ich hab nicht gespielt. Um Gottes Willen. 16,86 der ja. Ja, nee. Im ersten Augenblick könnte man das gemeint haben. Aber nee. Im zweiten Augenblick war das schon klar. Nee. Der hat doch nicht gespielt. Um Gottes Willen. Oh, passt. Sehr schön. So, 420. Jetzt müssen wir mal eben gucken, ja? Ach, äh... Ach, hier geht das Handy ja wieder nicht auf, wenn ich hier direkt an der Kasse stehe. So, jetzt haben wir meine Rechnung. 61. Die bezahlen wir schon mal. Oh, jetzt hab ich auch Strom. Gegen Abend ist das immer leer, das Akku, glaub ich. Ich hab da noch nie drauf geachtet, aber ich meine, das wäre abends leer. So, dann können wir jetzt... Ja. Blaue Karten haben wir ja noch. Hier, komm, wir holen mal hier einen raus. Oh, wir machen mal hier direkt hier 8,99, jawohl. Direkt mal hier 9,89 Euro. Ja. Verkaufen wir. Sowieso hier. Warte mal. Sortier... Nein, F. F, sortier mal nach Preis. Oh, das ist die teuerste, die Waren. 6,21 Euro. Wir haben jetzt 31 Karten und unser Album hat einen Wert von 30,70 Euro. Das ist noch nicht sehr viel. Ich glaube, noch nicht so viele Päckchen drauf gemacht. Oh, Entschuldigung. Ich hab gerade... Ich hab... Ich war in Gedanken. Ich hab mit mir selbst geredet. 14,56. Jawohl, der Herr. 14... 14,50... 56... 56... Bitteschön. Und womit kann ich Ihnen helfen? Ah, mit Kartenzahlung. 9,12 Euro. Ja. Natürlich. Machen wir sehr gerne. Sippo. Bitteschön. Da spielen schon wieder 2 Karten. Und da spielen schon wieder 2. Ich muss unbedingt noch ein T-Shirt haben. Und ich muss niesen. Das ist nicht gut. Das wird euch richtig laut aufstoßen dann. Naja, im Augenblick hat er sich ein bisschen verzögert. Verzogen. Verzögert. Verzogen, meine ich. Hier. So. Hier machen wir auch noch einen hin. Oh, hier. Die. 1,32 Euro. Genau die. Die wollte ich sowieso loswerden. Ich guck auch nicht, ob ich die doppelt hab oder so. Na, das ist... Manche spielen ja so, dass sie selber am Ende das Album voll haben wollen. Das sind immerhin, äh, ja... 1332 Karten. Also, ne? Strammes Ziel. Und dann hat das auch einen ganz schlimmen Wert. Aber... Das ist mein Ziel nicht. Vielleicht später mal. Wenn ich... Wenn ich so ziemlich alles erreicht hab. Guck mal hier. Boxen. Ja, nimm die mal ruhig. Ist ja gut. Das schon die Karten. 39. 26. Jawohl, ja. Bitte? Achso. Ah, der hier hat eine Karte mitgenommen. Für 3,95. Dann kriegst du 1,15 Euro wieder. Guck mal. So sieht's aus. Guten Tag. Ja. Ja. Ach, nee, halt. Der zahlt ja 1,26 Euro mit einem 20-Euro-Schein. Ach ja. 18. Ne. Falsch. Du musst hier. Ne, da muss ich hin. So, da. 18. 1870. 18. 1874. Wie schön. Da erinnern sie uns mal wieder. Lieg. Mach schon mal an. Ist schon wieder Nachmittag. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Das kann ich euch sagen. Und wir haben jetzt 8 Minuten. Ich denke, wir machen heute doch 2 Tage, wa? Dann hat es so weiter geht. 1,52 Euro. So. Bitte schön. Ja. Ja. Das Geschäft hat irgendwie nachgelassen. 2,38 Euro. Die Würfel sind fast aus. Aber ich hab da noch Würfel. Ich hab da noch Würfel. Passend. Bitte schön. Wie will die Würfel? Ich muss da Würfel auffüllen. Würfel auffüllen. Regal ist voll. Sind noch welche drin? Einer. Und ich kann die auch gleich auffüllen. Ja. So. Regal ist voll. Voll das Regal. So. Hier haben wir auch noch Karten hin wieder. So. Dich hier. 23 Cent. Juhu. Ist schön. Da kommen auch die Kinder. Guck mal. Da kriegst du eine Karte für 25 Cent. Da gehen wir hin. Sag dem Papa Bescheid. Wir wollen da hin. Und dann kommt der Papa und sagt. Oh ja. Ich nöh noch mal 100 Päckchen hin. So. Was willst du denn für ein? Ey. Hör auf mir rumzustinken. Kannst du das mal lassen? Junge. Wir duschen. Da geht das so nicht. Ey. Kannst du mal rum. Geh weg. Geh weg. Geh doch mal weg. Da muss ich doch was geben. Da muss es doch was geben. Da gibt es doch bestimmt was von Ratiofahr. Was haben wir denn hier noch? Eine Karte. Müssen wir auch mal wieder bestellen. Ich guck schon mal. Solange da keiner was von mir will. Mach ich schon mal hier. Karten einmal bestellen. Jawohl. So. Was haben wir denn noch? Jetzt sind wir denn. Level 4. Das ist Level 5. Weiter brauchen wir gar nicht gucken. Da wird nur mehr. Oder? Ja. Ja. Level 33. Nein. Zubehör. Reinigungsspray. Reinigungsspray. Super. Hier haben wir die Würfel. Die haben wir, ne? Die anderen könnten wir auch noch machen. Was ist das hier? Kartenhüllen. Ach, das sind auch Kartenhüllen. Aber besonders bunte. Schöne. Level 5. Da kann man diese bunten Boxen noch kriegen. Level 11. Ah, ja. Hier die Matte. Okay. Was noch? Hier Comics. Level 13. Ja. Und Figuren. Ach, Knüdel. Knüdel's. Level 6 kriegt man den ersten. Okay. Ja, also wir haben einen bestellt. Ich bestelle mal diese Spray mit. Die kaufen wir jetzt. Ja, komm her. Oh, komm her. Schick uns das. Danke. Oh, 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 oh. Guten Tag. Ja. Und dann gehen Sie bitte wieder. 17, 12. 17, 12. Und nächstes Mal duschen, bitte. Nicht vergessen. Ich stimm mir die ganzen Sachen voll. Die Leute sind sehr unglücklich. 15,18 Euro. 15,18 Euro. 15,18 Euro. Jawohl, ja. Und die Spiele. Ach, da setze sich dahin, der Stinker. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. 17, 13. Was ist denn los hier? Was macht ihr denn hier mit mir? Ich hab, weil ich hab, äh, ich hab Kleingeld ohne Ende. So ist halt nicht, aber. So, guck mal her. Haben wir hier. Hier, hier, Stray. Ja. Ich meine, das geht nämlich. Mach mal auf. Mach auf, das Ding. So, wunderbar. Die Box ist leer. Die Karten. Ich tue mal da oben rein. No, das reicht für morgen. Ich bin mir nicht sicher. So. Der Tag ist um. So, jetzt wollte ich mal eben gucken. Also Markenpreis plus 10%. So, jetzt nimmt man eine raus. Sorry. Wie nimmt man die denn? Nein. So nicht. Ah, so. Und dann kann man hier nämlich hingehen. Und dann kann man so machen. Drück Enter. Nein, ich will nicht Enter drücken. Ich will hier den Typ man sprühen. Ja. Sprüh, los. Sprüh. Genau, ja, siehst du. So, jetzt glitzert er nämlich. Jetzt stinkt er nicht mehr. Und jetzt stelle ich die Tür hier rein. Und dann ist das eigentlich Beschiss am Kunden. Nur mal so. Die Hande schon voll. Ja, ich weiß. Ich will das ja auch da reinstellen. So geht das nicht. Geht doch. So, wunderbar. Ja, ihr Lieben. Der Tag ist um. Ihr müsst jetzt mal langsam abbauen hier. So. Nachbestellt habe ich. Ist schon erledigt. Hier kann ich nochmal Karten reintun. Komm her. Marktpreis. Da muss ich immer wieder neu machen. Weil, wie gesagt, der Preis sich ändert. Ein Euro. Ein Euro. Und nochmal 10%. Jawohl. Fett. Fett. Da kommt Fettkode zusammen. 2,32 Euro. Super. Plus 10% für mich. Weil ich so ein toller Typ bin. So. Ja, dann würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Hier ist noch alles gefüllt. Ja. Hier haben wir einen Platz frei. Da können wir noch irgendwas hin tun. Müssen wir noch irgendwas kaufen. Aber nicht jetzt. Jetzt machen wir Feierabend für heute. Und dann schauen wir mal. So. Wir haben schon wieder hier Upgrades bezahlt. Lieferkosten. Aber wir haben 70 Euro Gewinn gemacht. Immerhin. Und 6 waren nicht zufrieden. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil der Stinker da war. Bediene 100 Kugel an der Kasse. 35 haben wir schon. Naja. So. Wir haben nichts Neues. Wir sind immer noch Level 4. Mit Level 5 geht es weiter. Achso. Du musst hier schon den Schild drehen. So. Hallo. Da ist sie ja wieder. Kommt sie noch rein? Ich habe noch neue Karten gekriegt. Tolle. Neue, frische Karten. Schade. Hätte ich gesagt. Ach, da. Ja. Ja. Man muss hier nur die Chance geben, das alleine entscheiden zu lassen. Dann macht sie noch. Vor allem kaufte sie dann Würfel und gar keine Karten. So. 5,76 Euro. 5,50 Euro. 5,70 Euro. 5,76 Euro. Bitte schön. Ach, da ist er ja wieder. Hast du geduscht? Ja. Schön. Sehr schön. 76 Cent. Ja. 5,70 Euro. 5,70 Euro. 76 Cent. Bitte schön. Wir ehr uns bald wieder. Jetzt, wo du weißt, wo die Dusche ist. Da kannst du ruhig öfter kommen. Und die spielen schon wieder. Ich brauche einen zweiten Tisch. Unbedingt. Ich meine, so muss ich ja jetzt nichts kaufen. Na, ich habe ja noch. Ich könnte noch einen Tisch kaufen. Ah, nicht, dass sie uns ruiniert, ey. Ich bezahle mal die Rechnung schon. So. Na komm. 200. Den kaufen wir jetzt. So. Wo ist er? Da. Wo ist er? Da, siehst du? Da. Oh, nee, noch nicht. Ich wollte gerade sagen. Da läuft einer hinter die Theke. So. Oh, siehst du? Jetzt können auch schon vier Leute spielen. Das macht Sinn. Ah, guck mal hier. Die fette Karte gekauft. Hier, der Wurzel. 79 Cent. Oh, guck mal. Für 21 Cent hat er eine Karte gekauft. Ja, ja. Ich bin ganz begeistert. Und hier hast du 80 Cent. Den Cent schenke ich dir. Da muss ich nicht zählen. Was ist denn? 67 Cent. Kommt jetzt auch nicht so hart? Passend. Ja, er hat 67 Cent in der Hosentasche gehabt. Oh, jetzt spielen wir sofort mit zwei. Und das ist auch gut so. Weil dann kriege ich nämlich Geld für zwei Tische. Und da bin ich sehr begeistert. Ah, ein Schluch Kaffee. Was ist denn für Karten? Sag mal. Karo. Spiel Karo. Nein, Spiel die da. Die da. Spiel die. Die blaue. Die ist toll. Spiel die blaue. Nein, du spielst immer die. Boah, die ist super. Die kenn ich. Die kostet 8 Euro. Die spiel ich jetzt. Also, die spiel mal. Der hat zwei blaue. Ey, der hat zwei blaue. Muss auch was. Nein, nein. Ich hab nichts. Ich sag nichts. So. Ah. Der nächste Gast. Sehr schön. Sehr schön. Oh, der Herr lässt sich nicht noch. Das ist sehr schön. Das freut uns. 20 Euro. 96. Inbar. Wir können mal eben gucken, was der Preis so sagt. Guck mal, wir sind bei 2,62 Euro. So, das ist 10%. 2,74 Euro. Siehst du? Der Preis ändert sich wirklich regelmäßig. So, dann machen wir hier auch mal Marktpreiskontrolle. Dann haben wir hier 2,04 Euro. 2,06 Euro. Und das Spree. 17,76 Euro für den Deo. So, so. Das haben wir gestern erst eingerichtet. Der Preis ist noch stabil. Was ist hier los? Wo sind meine Karten? Die hat auch hier schon wieder meine Karten weggenommen. 30,61 Euro. Jawohl. Sofort. Sehr gerne. Sehr gerne. Bitte schön. Bitte sehr. Bitte gleich. So. 3,42 Euro. 1, 2, 3. 40, 42. Bitte schön. So, dann können wir ja schon mal wieder hier neue Karten hinballern. Dann müssen wir viel mehr Packs auch machen. So. Marktpreis. 10%. Kannst du mal aufhören, dich vor mich zu stellen einfach. Das machen die sehr gerne hier. 23 Cent. Marktpreis. 10%, 25 Cent. Siehst du wohl? Aber dann haben wir hier noch. 4,40 Euro. Ja. Auf jeden Fall. So. Einen Platz haben wir noch. Zwei sogar. Haben wir hier. 2,71 Euro. Wir müssen echt neue Picks auch machen. Ganz unbedingt. Na hier. 1,50 Euro. Und dann haben wir, glaube ich, keine teuren Karten mehr. Weil das heißt teuer. 1,50 Euro ist nicht wirklich teuer. So. Jawohl. Ja. So. Ja. Schon deine Karten. Kauf dir Karten. Schon Sets. 7,36 Euro. 7 Euro. 36 Euro. 15 Euro. Egal. Egal. Wir gucken nicht auf 5 Cent. Da sind wir großzügig. Ihr nicht. Aber das ist ja auch okay. Das ist auch euer Recht. Das ist ja auch euer Recht. Euer Gutes. Der Deo geht ja wie verrückt hier. 4,48. 1,2,3,4. 48. Und die Höhe her. So. Wir haben. Wir haben. Was haben wir da noch hier? Die können wir doch mal hier noch eben rauslegen. Die Box ist leer. Natürlich. Hallo. Du warst doch gerade erst hier. Wieso gucken die mal so böse mit dem Blick nach unten gesehen? Also wollten die den Bankenüberfall. Dabei bin ich doch nur ein. Karten. King of Cards laden. So. Der kauft auch schon wieder einzelne Karten. Die muss unbedingt Packs ausmachen. Und Deo. Der spult seine Karten ein. 3 Deo für 2 Karten. Das ist tatsächlich okay. Das ist super. 40, 48. Ich hätte ja auch 50 gegeben. Beinahe. Wenn ich dran gedacht hätte. So. Was haben wir hier passend? Ja. Das passt ja wunderbar. So. Wann haben wir denn? 2.28. So. Wachen wir mal. Ach komm. Wir nehmen noch einen. So. Wir sind mal nicht da gerade. Wir müssen mal eben Packs auch machen. 13,58. Ja. Das ist doch mal. Das ist doch okay. Oder? So. Und. Ja. Na ja. Viel Musik. 26 Cent. 14 Cent. Das war jetzt nicht so das tolle Paket. Kann man nicht sagen. 20 Euro. Ja. 5 Euro. Auch gut. Also dafür ist das aus den blauen Packs gut. Ist das schon richtig gut. Das sind halt die einfachsten Karten. Die Chance da eine gute Karte zu kriegen in diesen Packs ist halt super gering. Da ist 20 Euro schon. Ohohoho. Na. Was hast du denn da gekauft? 25 Cent. Na bitte. Na komm hier. Hier bitteschön. Ich schenke dir die Karte. Weil ich so ein toller Typ bin. So ein netter. Weil ich der nette Opa bin. So. Die verschenke ich allerdings nicht. Ja man muss auch mal hier. Ne. Mein Gott. 25 Cent. Leute. Wo kommen wir da hin? Wenn ich auf 25 Cent achten müsste. Ja. Da kann ich mein Laden ja zumachen. Das ist wie im Dönerladen. Wenn einer da reinkommt und Hunger hat. Na gib mal dem was und fertig. Hallo. Ich hab ein Restaurant wo Essen herkommt. Und das Essen kostet 7 Euro oder was. Also bitte. Da kann ich dem nochmal eben was geben. 40. Macht wir sich schön. Da unten. Ach da unten waren die Deos. Die sind schon alle. Die müssen wir auf jeden Fall nachbestellen. Die können wir schon mal vormerken. Zubehör. Einmal Deo. Ja bitte. Doch. Bestellt hab ich noch nicht. Ich hab nur schon mal in die Liste gefangen. Na da. Das ist super. Dass man dazu kann. Huch. Eine Karte. Eine gute. Na immerhin. Passend. 6,83 Euro. Und du? Du hast auch nicht die 20 Euro Karte gekauft. Oder? Natürlich nicht. 17,22 Euro. 17,22 Euro. Wie schön. Jetzt haben wir 24 Minuten. Ja. Da kommt gut hin. Zwei Folgen. Also zwei Tage in einer Folge. Scheint sehr gut zu sein. So. Braune Würfel müssen wir auch wieder haben. Ach. Ihr lädt ja nicht auf. Hier. So. Dann. Boosterfax. Nein. Zubehör. Braune Würfel. Wir können auch noch andere Würfel nehmen. Nachdenken. Später mal. Jetzt nehmen wir erstmal hier die. 160. Wow. Das ist ja richtig teuer. Hallo. Könnt ihr mir was kaufen? Ich muss hier Geld haben. Das ist alles ziemlich teuer gerade hier. Und dafür brauche ich auch noch ein Paket. Von den blauen. Von den blauen. Guck mal. Die kann ich jetzt auch kaufen. Für 150. Ach. Wenn ich die jetzt kaufe. Dann kann ich die auch. Ne. Die kaufe ich morgen. Ich kaufe erstmal nur die blauen. Morgen kaufe ich dann die. Die Kommission dafür. Die Lizenz hierfür. Und für die. Ah. Die können wir auch schon. Aber die Lizenz kostet 300. Aber dann kaufe ich lieber die. Natürlich kaufe ich dann lieber die. Ist ja wohl klar. Das ist ja wohl klar. Oder? Weil das klar ist. Hallo. Guten Tag. Ja, ja. Nein. Wir haben gerade über Lizenzen geredet. Nicht so wichtig. 50. 58. Ja, schon. Das da oben. Dieses Webelding. Ne. Wo den Preis ist. Seht ihr das? Oben rechts in der Ecke. Das ist ein bisschen ungünstig. Finde ich. Wie gesagt. V 0 4. Irgendwas. Da will sicher noch was passieren. Sie haben es passt. Der Herr. Das freut mich sehr. So. Ich kann ja schon mal die Bestellung abschicken. Die blauen. Ach. Ihr redet wieder nicht. Die blauen Tüten haben wir mit reingenommen. Jupp. Dann kaufen wir das mal. Da liegt schon draußen im Dreck. Ich meine. Wo draußen sorgfältig abgelegt. Gestapelt. Auf jeden Fall. 3 Euro. 50. Und der Herr hier auch noch mal. Karten. Jawohl. Kartenkarten. 4 Euro 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Wie so schön. Und was haben wir denn eigentlich? Ist noch nicht Feierabend. Wieso ist der schon so leer hier? Ganz ungewohnt. 1644. Jawohl. 1644. Bitte sehr. Ja. Spiel ruhig noch eine Runde. Eine Stunde hast du noch. Achso. Die Würfel. Genau. Die Würfel. Die Würfel kamen hier rein. Danke. So. Oh. Genau. Die. Ich habe kein Deo. Verdammt. Ich habe kein Deo. 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 Ich habe gleich Deo. 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 Oh mein lieber Deo. Komm mal zu mir. Wie nehme ich das denn? So. So. Überwegter. Überweg. Er. Deo. Ja. Ja. Jetzt riechst du auch besser. Deo. Das ist immer. Ja. Das ist immer. Ja. Das ist immer ein bisschen. Ne. Betrug am Kunden. Wenn man das danach wieder verkauft. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Macht man eigentlich nicht. Opa. Das macht man eigentlich nicht. Na ja. Das reicht für morgen. Für den ganzen Tag. So ein paar Dinger da. Und hier. Was ist hier los? Hier geht es auch schon wieder los. 33 Cent. Wo sind denn die Guten schon wieder? Sind die schon wieder alle weg? Wo sind denn die besseren Karten? 13 Euro. Ja. Die nehmen wir doch mal. Die wollen wir doch loswerden. Solche Karten. So. Na eigentlich alle. Eigentlich wollen wir alle loswerden. Fertig. So. Alles schon. Wann war hier drin? Ach diese Würfel. Genau. Genau. Die Würfel. Miete haben wir schon bezahlt. Alles erledigt. Wunderbar. Siehste. Jetzt ist das Akku leer. Hehe. Vielleicht doch. Zum Abend dienen ist das Akku leer. 9 Uhr. Leute. Feierabend. Es ist Feierabend. Feierabend. Wir gehen raus. Feierabend. Das interessiert euch nicht. Aber das Licht ist doch aus. Ah ja. Hm hm. Äh. Ihr Lieben. Meine Damen. Meine Herren. Bitte sehen wir morgen wieder vorbei. Ups. Schnühlein geschoben. Wunderbar. Ja. Das ist für morgen. Ist jetzt so weit vorbereitet. Ich könnte jetzt so weiterspielen. Ist schon zu. Geh weg. Geh weg. Ist zu. Nein. Es ist zu. So. Ja. Dann wollen wir mal Enter drücken. Und die Tagesabrechnung sehen. Vier unzufriedene Kunden. So. Guck mal da. Die Tische haben mir jetzt 185 Euro gebracht. Und wenn du bedenkst, dass einer 200 kostet. Da hat er sich in drei Tagen hat er sich bezahlt gemacht. An den Karten habe ich 21 Euro verdient. Und an den Artikeln 360. Und wir haben heute Plus gemacht. Obwohl wir die Zems gekauft haben. Haben wir Plus gemacht. Und 12,25 Euro. Ich bin so froh. Ihr Lieben. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe es ist ja nächstes Mal wieder dabei. Bei Opa Emi. Und bei Trading Card Games. Und bei King of Guards. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Äh. Du hast noch Zeit. Guck da. Los. Guck da. Und Abo nicht vergessen. Abo. Abo nicht vergessen.